Warum kommt keine neue Folge? Wann neue Folge? Wann gibt es neue, fette Videos von dir? Läuft hier nichts mehr? Nur bei GRIP? Wirklich schade. Das sind alles Kommentare, weil wir über längere Zeit nichts für euch gemacht haben. Männer, Männer, was soll ich euch sagen? Ewig nichts Neues reingegangen. Weiß ich doch selber. Fette Entschuldigung muss von mir sein. Muss von mir sein. Wir sind da so reingerutscht in die Sache. Wir haben auch an euch gedacht, aber irgendwie manchmal haben wir da nicht so richtig eine Kurve erwischt, um da den Anschluss wieder hinzukriegen. Dann war einfach eine komplette Sommerpause, aber ich verspreche euch, bis Weihnachten machen wir noch ein paar ganz, ganz, ganz geile Sachen. Wird so gemacht. Top. Die Wette gilt. Autoverwertung Bauhaus. Guten Morgen. Morgen. Der Bauhaus? Genau. Der Bauhaus, bitte ich frage, ich habe eine BMW von 28, Bau 98. Da wollte ich eine Stoßstange vorne. Vorne habe ich keine mehr. Das tut mir leid. Die sind alle weg. Das ist ein ganz gefragtes Teil, so eine Stoßstange. Da habe ich auch keine. Kann ich nicht helfen. Vielleicht mal bei Ebay, bei Ebay Kleinanzeigen reingucken. Das wäre gut. Ebay Kleinanzeigen. Also, es gibt da in Neuss so eine BMW-Ersatz der Firma. Also, so wie sie wollen wie Sie. Nee, da habe ich keine Stoßstange. Da tut mir furchtbar leid. Okay? Haben Sie eine Adresse von deiner Firma in Neuss? Nein. Nicht. Geht alles schön. Jo, alles gut. Tschüss. Viel Glück. Und was hast du noch? Was noch? Nur Düse? Ja, ja. Hier, 50 Euro. Fertig. Andere, äh, drei Stück Felgen. Ja. Kollegen sagen, wir haben ... 30, 30, 30. Ja, 60 Euro sagen. Ja. Die sagen okay. Ja. 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 Patrick, guck mal, der hat drei Felgen bezahlt, dass der da klarkommt. Ja. Nimm den neuen Traurigwagen über. Geht der nicht? Ja, doch. Gib den den einfach mit. Ich hoffe, mit Fred ist alles in Ordnung. Zu viel Kaffee, zu viel Zigaretten, das kann nach hinten losgehen. Die können mich am Arsch lenken, geht überhaupt nichts nach hinten los. Ich bin fit wie ein Deutscher. Wir müssen gucken, dass wir hier weiterkommen. Ali schon wieder in Urlaub. Ich muss hier meinen Mann stehen, von morgens bis abends. Ich schreib hier Quittung und ich telefonier, ich teile die Leute ein. Ich geb alles. Geil hier am Schauplatz. Das ist die geilste Arbeit überhaupt. Die kann man bis ins ganz hohe Alter machen. Weil so viel ist ja gar nicht zu tun. Du brauchst den Leuten ja nur Geld abnehmen, den Schlüssel rauszuholen, das hier reinzutun. Ja, und das kann man ein bisschen zu hoher Alter. Also ein bisschen rumtelefonieren und den Leuten Scheine abnehmen. Das ist ja genau bei denen. Was soll ich euch sagen, Leute? Ist nicht viel passiert. Wir haben zwar im August nichts gemacht, im September nichts gemacht. Aber ich kriege normalerweise 50, 60, 80 Autos im Monat hier als Anlieferung. Und was haben wir gekriegt? Gerade mal 20. Also hier ist tote Hose. Das sage ich euch. Schrottpreise sind runter, Katpreise sind runter. Meine Eier hängen mir auch schon fast auf dem Boden. Das Einzige, was mich natürlich so ein bisschen aufgebaut hat, ist, was ich wieder in Italien gefunden habe. Also das findest du nur in Italien. Das ist eine Moto Guzzi, die heißt Herkules, weil die so stark ist. Und normalerweise kann auf so ein Ding 1,5 Tonnen geladen werden. Nennt sich auf Italienisch Quindici Quintale. Das heißt 1,5 Tonnen. Mit solchen Dingern sind die losgefahren in Italien. Weintraubenernte, Olivenernte. Die Bauern haben sowas gehabt. Und weil das Ding nur drei Räder hat, ist das Ding irgendwie in Italien zugelassen als Trecker, Traktor, keine Ahnung. Steuerfrei sowieso. Versicherung, so kleine Mine. Und deswegen wollen die das alle haben. Also wenn du dich auf so ein Ding hier drauf setzt, dann meinst du, du wärst der Rambo für Vietnamkrieg oder was weiß ich was. Guck mal hier Leute. Dann gehst du so hier drauf. Zack. 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 Und wenn das Ding läuft und dann läuft, dann bist du richtig geil wie du unterwegs. Ich bin so weit abgefahren. Aber ich hab keine Zeit so weit zu restaurieren. Das ist ein bisschen zu viel Arbeit. Und ich bin auch nicht der Moto Guzzi Freak in dem Sinne. Aber wenn einer auf Moto Guzzi steht, auf alte Guzis, auf History Guzzi, die restaurieren sich die Dinger. Kannst du natürlich hinten auch eine Plane drauf machen und verkaufst ein Espresso damit. Oder du stellst das Ding in dein italienisches Restaurant, ein paar Strohsäcke hinten drauf und Weinflaschen als Dekoration. Für so was kann man so was immer gebrauchen. Also ich fühle mich hier drauf wie Rambo on Tour. Damit ihr nur Bescheid wisst. Richtig abgefahrene, schwere Karre. 20 PS, 500 Kubik, Falcone Motor drin. Geht nie kaputt. Bumm, 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 bumm. So hört sich der Motor an. Abgefahren. Fast wie ein Lanz Bulldog. Wumm, 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 wumm. So was möchte ich auch gerne kaufen. Aber die kosten mittlerweile richtig Geld. Vielleicht findet sich jemand für dieses geile Teil hier. Und jetzt muss ich erst mal gucken, dass ich hier überhaupt wieder runterkomme. Mit meinen stiefen Knochen. Einen Moment. Nicht so einfach. Aber muss gehen. Voila. Abgefahrener Teil. Hydraulische Ladefläche. Ding, 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 ding. Kannste das Ding kippen. Abgefahren. Da fehlt zwar der Kurtflügel vorne und die Lampe. Aber so ein Karosserie-Mensch, der kann ja mal eben so ein Blech herstellen. Und eine Lampe kann man auch von einer uralten BMW da ran machen. Also ist kein Stilbruch. Ich find das Ding gut. Ja Leute und dann hab ich noch was geiles gemacht. Ich hab noch ein geiles Moped. Ein richtig geiles Moped. Was aber nicht verkauft wird. Also da häng ich dran. Da bin ich als kleiner Ursel schon drauf gefahren. Auf diesem Modell. Wisst ihr was das ist? Eine Honda Monkey. Guck mal hier. Die ist von 1970. Dann müsste die ja nach Adam Riese 52 Jahre alt sein. Die hab ich am Donnerstag in alle Teile auseinander gebaut. Am Freitag den Rahmen lackieren lassen. Am Samstag wieder zusammengebaut. Die ganze Aktion hat gedauert drei Tage. Jetzt ist das aber neu. Und soweit wird für ganz, ganz viel Geld gehandelt. Aber die ist nicht zu verkaufen. Weil ich kann mich erinnern 1970, als mein Vater noch die Rennerautos hatte. Dass ich mit diesem Ding, wo ich zehn Jahre alt war. Im Fahrerlager in Zandvoort, in Zolder, auch nur wo ich rumgefahren bin. Und das ist so eine Kindeserinnerung. Das kann keiner kaufen. Und das war dann auch im Blau. Genau wie die hier steht. Ist nicht die gleiche. Weil die habe ich vor 15 Jahren nachgekauft. Aber genau dieses Motorrad. Könnt ihr euch vorstellen? Mit so einem Motorrad im Fahrerlager. Zehn Jahre, alter Ursel. Und dann um die Autos rumgekurvt. Über die Rennstrecke damit gefahren. Das war für mich ein Highlight. Das könnt ihr euch gar nicht reintun. Mit zehn Jahren so etwas zu fahren. Das war der Hammer. Und dann ist mir irgendwie hier so im Kopf gebrannt. Und dann habe ich so etwas gesucht und gesucht und gesucht und gesucht. Und vor 15 Jahren habe ich wieder eine Manke gefunden. Die auch vom Preis her einigermaßen zu vertreten war. Und dann hatte ich 15 Jahre bei mir in der Garage. Bis vor der letzte Woche. Da habe ich gedacht, jetzt gehst du da dran. Einen Tag auseinander gebaut. Einen Tag lackieren lassen. Einen Tag wieder zusammengebaut. Drei Tage Aktion. Und wann ist da rausgekommen? Ein neues Moped. 7000 Kilometer gelaufen. In 53 Jahren. Da krieg ich nichts. Ist das nicht ein geiler Apparat? Honda Monkey. Die hieß auch Boots Monkey. Weil es viele Leute gab, die haben so Motorboote gehabt. Und haben so ein Motorrad hinten auf dem Boot stehen gehabt. Morgens Brötchen holen. Eben so durch den Hafen. Zack, zack, zack. In der Stadt. Bei Brötchen holen zum Einkaufen. Deswegen hieß die auch Boots Monkey. Nicht nur Honda Monkey. Auch Boots Monkey. Heute ganz gefragtes Teil. Ist nichts zu verkaufen. Der Onkel Fredi muss auch ein bisschen was für sich behalten. Ich kann ja eine Menge Sachen kaufen. Aber ich muss die ja nicht weiter verkaufen. Ich kann auch ein bisschen gucken, was für mich behalten. Ich bin ja immer noch am Spielen. Habt ihr doch wohl gemerkt. Dann ist noch so ein Neueingang. Und ich liebe doch Sachen, wo eine Geschichte dabei ist. Der Mann hat da mal neu gekauft. Jetzt hat er 100.000 Kilometer gelaufen. Der ist dann mit 22.000 Kilometern durch Afrika bis nach Namibia und wieder zurückgefahren. Das sind doch alles Geschichten. Das ist ja total Wahnsinn. Ich meine, wenn das Ding keine Geschichte hat, dann weiß ich nicht. Erste Hand hat der Typ neu gekauft. 100.000 Kilometer gelaufen. So was heißt übrigens Güllepumpe. Falls ihr das nicht wisst. Weil die zwei Zylinder so funktionieren wie eine Güllepumpe. Eine Güllepumpe ist nicht auch eine Pumpe. Das wisst ihr doch. So was haben wir ja die Bauern. Den Spitznamen hat dieses Motorrad bekommen. Alles gut. Heute ist Moped da. Moped Tag ist heute. Geile Sache. Fahr ja selber auch Motorrad. Autoverwertung Bauhaus. Ja, schönen guten Tag. Hallo. Ich bin auf der Suche nach einer Frontscheibe für einen Corsa D. Ein Corsa D, eine Frontscheibe habe ich da. Die kannst du sogar für 50 Euro haben. Dann ist der Preis nicht. Aber ich kann dir die nicht ausbauen. Okay, also wir brauchen jemanden, der die ausbaut. Ja, also wer dir die in dein Auto einbaut, der kann die hier auch ausbauen. Ja. 50 Euro, kein Thema. Aber wenn ihr die kaputt macht beim Ausbau, musst du die trotzdem bezahlen. Ist ja wohl klar. Ich bin ja kein Versuchskaninchen hier. Ja, alles klar. Okay, wird so gemacht. Alles klar. Vielen Dank nochmal. Ja. Wie eine Scheibe lasse ich mir mal vorher bezahlen. Ist ja wohl klar. Wenn die die kaputt machen, dann haben die die kaputt gemacht. Ich bin doch kein Versuchskaninchen hier. Nee. So was machen wir nicht. Also das ist mir einmal oder zweimal in meinem Leben passiert, dass die Leute eine Scheibe hinterher bezahlen wollten. Und dann hatten die aber vorher kaputt gemacht. Und sind dann einfach verschwunden. Dann habe ich die gesucht, die Leute. Dann haben die sich einfach verpisst, weil die gesagt haben, die Scheibe bezahle ich nicht. Ist mir zweimal passiert. Dann war ich 23 oder 22. Jetzt bin ich 65. Danach ist mir das nie mehr wieder passiert. Ist ja wohl klar. Aus Schaden wird man klug. Kennt ihr den Spruch ja wohl auch. Verarschen kann ich mich selber. Patrick, was ist mit dem Scheinwerfer? Haben wir keine Männer. Du hast gesagt, silberner, blauer und schwarzer. Kein Scheinwerfer. Kein Scheinwerfer. Alles klar. Mach weiter. Autoverwertung Bauhaus. Ich habe gesehen, ich habe einen Fiat Panda zum Schlachten da. Ja, mehrere. Was brauchst du davon? Eine Stoßstange hinten lackiert. Stoßstange hinten lackiert. Welche Farbe? Am besten schwarz. Am besten schwarz. Lass ich für dich nachgucken. Viertelstunde nochmal anrufen. Alles klar? Ich bedanke mich. Jo. Tschüss. Patrick, Fiat Panda schwarz. Stoßstange hinten. Der sagt, die muss aber lackierbar sein. Ich weiß ja nicht, haben die auch welche, die sind in Grau oder was? Egal, die muss nur überlackierbar sein. Okay, guck mal nach. Da kommt ein geiler Typ, der ist witzig. Morgen. Guten Tag. Was hast du nötig? Was habe ich nötig? Nötig habe ich halt nicht. Vom C-Max haben sie bei mir hinten am Tankdeckel diese Abdeckung weggemacht. Der Plastikdeckel meinst du? Der Plastikdeckel ist ja so aufgeschoben. Geh mal hier raus. 2,6. Geh mal hier raus. So rum. So, 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 so. Bis dann ganz hinten am Platz. Da stehen die ganzen Forz. Ja. Schraubst du so ein Ding ab. Alles klar. Gut. Danke. Peter. Werkzeug, so ein Schraubenzieher oder so? Grüße von Patrick, kein Problem. Alles klar, danke. So. Was haben Sie gefunden? Ich möchte gerne diese vier Radkappen haben und ich brauche einen Scheinwerfer für einen Lupo, aber der hat ein bisschen Feuchtigkeit und es wäre nett, wenn Sie mir den ein bisschen runter setzen. Ja, das kann ich machen. Die Radkappen habe ich Ihnen gesagt, 20 Euro, der Scheinwerfer 30, machen wir den Scheinwerfer für 25, sind zusammen 45. Dankeschön. Ich habe einen Lupo, der muss jetzt diesen Monat zum TÜV. Manches schraube ich selber, was ich kann. Und habe jetzt gestern nachgekriegt. Der Scheinwerfer, die eine Seite ist blind, das ist nicht so schön. Die Reifen sehen, weil das so rostig ist, nicht so gut aus und wenn ich da Radkappen drauf mache, dann hat sich das verbessert. Und ja, muss noch bremsen, Bremsscheiben, Belege besorgen. Letzte Woche habe ich hier einen Scheibenwischermotor geholt. Den muss ich auch noch einbauen und dann bringe ich den zum TÜV und dann schauen wir mal. Ja, guten Tag. Ich kann mir hier so einen Schraubenzieher nehmen. Ich wollte über den Zehmerzeiten mal abschrauben. Ich wollte nur einen kleinen Schraubenzieher. Ich nehme lieber hier so einen kleinen. Danke. Der reicht. Ja, der hat ja die meisten Autos hier, die man braucht. Und vor allem auch ältere schon. Aber ich habe jetzt schon sechs oder sieben Mal im Jahr hier Sachen geholt. Und vor allen Dingen, der ist dafür bekannt, der ist nicht ganz so teuer. Man kann aber auch handeln. Bei manchen kann man nicht handeln, aber der ist ein cooler Junge. Der ist ein bisschen jünger wie ich. Aber ich muss jetzt erst mal gucken, ob ich da teil finde. Ich habe ein bisschen Hüngerchen. Du bestell einfach mal Pizza. Mal gucken, was der Patrick will. Patrick! Soll ich was zu essen bestellen? Ja, würde ich sagen, oder? Was hältst du denn von Pizza heute? Ja, es geht immer Pizza. Pizza geht immer? Pizza geht immer. Was soll ich tun? Fisch Zwiebel bestellen? Fisch Zwiebel scharf. Und Schinken, Pilze scharf. Auch geil. Ja. Zwei große. Mach ich. So, dann muss ich bestellen. Einmal die Pizza mit Zwiebeln und Thunfisch. Einmal Schinken, Pilze. Und was wollt ihr? Spinat. Spinat? Hört sich gut an. Mit was? Mit Kram? Nur Spinat. Nur Spinat. Und du? Linsensuppe. Linsensuppe. Geil, so eine Linsensuppe. Bei so einem Wetter. Eine heiße Suppe. Vom feinsten. Auch ein bisschen scharf. Mal. Gut. Hör mal, hier ist der Fried Maus vom Schraubplatz. Ja. Also, wir hätten gerne eine große Pizza. Schinken, Pilze, Scharf. Schinken, Pilze, Scharf, ja. Einmal Thunfisch, Zwiebeln, Scharf. Auch groß. Groß. Ja. Eine große, nur mit, äh, was hat der gesagt? Spinat und Knoblauch. Ja. Und zweimal Linsensuppe. Das ist alles? Das ist alles. Ne, zwei Flaschen große Coca-Cola brauchen wir noch. Und die Pizza, die musst du aber durchschneiden, ne? Okay, mach ich. Wie lange dauert das? Halbe bis 12 Stunden. Komm, gib mal Gas da, wir haben Kohlenans. Ja, okay. Ciao. Okay, ja, ciao. So ist die Bestellung direkt durch. Halbe Stunde, da soll mal Gas geben. Jetzt hab ich aber auch Hunger und krieg da auch ein Stück Pizza. Wah. Geil. Ne, die Pizza hier von Dada, die finde ich immer so lecker. Der, äh, macht da auch, äh, kein Schinken drauf vom Schwein, weil die Türken essen ja kein Schweinefleisch. Das heißt irgendwie sowas wie Masmaja oder Mammaja oder so ähnlich, dieser Schinken. Und das ist im Prinzip das gleiche wie Schweineschinken geräuchert, aber dann nehmen die vom Rind. Ich finde das sehr, sehr, sehr lecker. Autoverwertung Bauhaus. Ich hab ne Frage, habt ihr für den Golf 3 den Himmel da? Golf 3 den Himmel mit vier Türen oder zwei Türen? Mit zwei Türen ohne Schiebedach. Ohne Schiebedach. Lass ich für Sie nachgucken und eine Viertelstunde nochmal anrufen. Alles gut, danke. Okay, ja, tschö. Tschö, tschö. Patrick, einmal zum Büro. Patrick, einmal zum Büro, bitte. Aber wir brauchen, komm mal rein, wir brauchen vom Golf 3 zwei Türen im Dachhimmel ohne Schiebedach. Haben wir nicht mehr. Haben wir nicht mehr? Nein. Alles klar. Komm rein. Guten Tag. Also ich hab ihn hier. Bist für mich geworden? Ich hoffe, dass er passt. Der passt. Immer 10er, sind immer alle glücklich. Ja. Da brauchen wir nicht mehr an, wenn wir 10 Euro. Nein, ist alles gut. Ich muss immer noch ein bisschen wieder hängen. So. Das war nicht das erste Mal, wenn ich hier hinkomme. War ja schon drauf genug hier. Ein 10er, ein 20er, ein 10er, ein 10er. Alles gut. Gut. Ich hoffe, dass er passt. Ich weiß nicht genau. Wenn der nicht passt, kannst du ihn wieder bringen. Ja, das weiß ich. Dann kriegst du was anderes. Aber ich denke mal, die Deckel, die werden wohl alle gleich sein. Ja, die sind vier Türen. Aber es gibt verschiedene. Danke. Zack. So, in dem Sinne. Nämlich dann mal. Achso, das Werkzeug tue ich jetzt mal weg. Ja, wo gibt der Patrick? Jo. Alles gut. Der war doch lustig. Und seine lustigen Haare da. Wir sind bestimmt Musiker. Und der kommt hier rein, fragt, geht. Kommt nach fünf Minuten rein, legt das Geld, handelt auch nicht mit mir. Und tschüss und tschüss. Nette Leute. Cool. Stell mal auf die Theke. Danke. Was kriegst du an Geld? Nicht schlimm. So viel ist nicht. Bisschen teuer geworden, Chef. Weiß Bescheid. 47,50 Cent bitte. 47 Euro? Ja. Da hast du 50. Du sollst auch nicht leben. Nee, 42. Entschuldigung. 42. 42? Ja, ja. Nimm mal mit. Nimm mal mit. Danke schön. Alles gut. Alles gut. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Pizza. Boah, geil. Da haben wir schon mal eine geile Pizza. Die ist schon mal mit Thunfisch. Die ist mit Schinken und Pilze. Und die muss grün sein. Jawoll. Spinnert. Abgefahrt. Patrick. Ja? Komm, ich hab Hunger. Hol dir auch mal was hier. Ja. Und hier sind die Suppen drin. Jawoll. Erstmal Brot. Brot für die Welt. Das sieht doch lecker aus. Ja klar. So. Das ist schon mal eine Suppe. Und hier haben wir noch eine Suppe. Zack. Haben wir einen Teller da? Ja. Müsst du. Im Regal haben wir einen Teller. So komm. Boah, ich zieh erst mal meine Jacke aus. Die ist viel zu warm. So. Coca-Cola ist es. Da. Eiskalte Cola. Da kann man schon mal was mit anfangen. Zofar-Bit Clapton habituna. Bisschen scharf hab ich auch machen lassen. Ist klar. Muss. Gehst du draußen in dein Außenbüro? Nimm mir eine Cola mit, Mann. Ich trink gleich. Ich lass mich erst mal essen. Na noch Platz ist Cola. Wie geil sieht die denn aus? Hoffentlich verbrenne ich mir jetzt nicht die Schnauze. Geil. Abgefallen die Pizza, schön scharf. Dickgräse, Basma, Basma, Sackmaja, Sackmaja, Schinken, oder wie der auch immer heißt. Geil. Ah, ein Segen, kein Telefon. Schau mal hier, auf der Arbeit, Mittagssort Essen bestellen ist sowieso immer dein Keilste. Ihr brauchst kein Besteck, Messergabel, Löffel, hier brauchst du gar nichts. Kein Teller, isst du schön mit den Händen. Du hast ja natürlich auch vorher die Finger waschen, ich weiß ja nicht, wo du schon damit gewesen bist. Das ist aber immer das Geilste. Verarbeite, kannst du dich ein bisschen so benehmen wie so ein Schwein, sag ich jetzt mal einfach. Nicht so wie zu Hause so. Kannst du aber schon mal die Finger an der Hose abputzen und so. Geht dir keiner auf den Sack? Also Mittagssort Essen ist immer wichtig. Weil wenn ich nichts zu essen habe mittags, dann werde ich immer so, wie soll ich sagen, nicht aggressiv, aber nee, das will ich nicht. Wenn ich Hunger habe, dann möchte ich gerne was essen. Sonst werde ich immer so schnell nervös. Boah, 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 ist das scheißweiß. Und Coca Cola ist natürlich das allergeilste, ey. Komm jetzt habe ich so viel bestellt hier. Ihr müsst auch was essen. Komm, Pause. Mittagspause immer ganz wichtig. Hautreinigungs. Autoverwertung Bauhaus. Maik hier. Maik. Hi. Hi. Alles gut? Alles cool. Schön. E34, hast du noch ein Auto da? E34, nee, das ist ein ganz alter Fünfer, ne? Ja, ja. Nee, E39, da drunter habe ich nichts mehr. Hätte ja sein können. Ja sicher hätte sein können. Hat dich jemand angerufen für eine 12 Zylinder BMW in der Lichtmaschine? Nö. Hat die Dame hier angerufen, habe ich dir deine Nummer gegeben? Nö, war nichts. Alles gut. Also sobald dir was kommt, komme ich durchs Telefon. Kein Problem. Weiß ich doch. Maik, fette Beute. Danke gleichfalls. Ciao. Ja, das war der Maik Busch. Mit dem mache ich viel. Der macht nur mit BMW Ersatzteile. Der Vater hat einen Verwertungsbetrieb, genau wie wir. Aber der Maik, der macht nur mit BMW. Der ist Spezialist auf BMW. Ich schicke ihm die Kunden, der schickt mir auch Kunden. Netter Junge. Wie der Maik, der ist auch geworfen geworden auf der Straße. Genauso wie ich. Ja, so ein Wuppert-Typ. Weißt du? Bisschen Brot für dich, bisschen Brot für mich. Können wir alle nehmen. Kommen wir alle klar. Lachen wir uns den ganzen Tag kaputt. Wir gehen nicht zum Lachen in den Keller. Wir lachen, wann wir wollen. Ja, jetzt haben wir schön gestopft hier. So eine schöne Pizza reingehauen. Meine Wumpe ganz schön voll. Ich glaube, bevor ich jetzt müde werde, muss ich mir erstmal einen richtigen Pott Kaffee reinknallen. Und dann geht's weiter. Keine Feigheit vor dem Feind. Geht direkt wieder los. Ja, aber ein bisschen aufräumen müssen wir natürlich hier, ne? Ich meine, dass hier ein Saustall ist, das wisst ihr ja alle, ne? Aber da mal so eine ganze Scheiße stehen, das muss natürlich auch nicht sein, ne? Also ein bisschen aufräumen muss schon sein. Wer Ordnung liebt, ist zu faul zum Suchen. So, das kommt bei Papier. Die Cola kommt in den Kühlschrank. So. Ja, und das war es schon. Ich meine, wir machen hier keine Riesenaktion. Ich meine, zack, 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 zack. Alles wieder sauber, alles okay. Hier ist noch was. Da ist noch was. Das kommt hier rein. Und jetzt? Mein Müllekorn Kaffee. Ha! Sie haben noch was da. Jawoll! Lalalalalalalalalala. Ein bisschen Milch. Und natürlich brauner Zucker, weil der nicht gebleicht ist. Ich hau mir nicht auch noch Bleiche rein. Ich meine, wenn man sich schon was reinpfeift hier, dann muss das wenigstens was Vernünftiges sein. So, leckeren Kaffee. Siehste, und ich rühre und rühre und rühre und rühre. Hat sich schon mal einer tot gerührt. Aber wenn man da fünf Stücke Zucker reinknallt, dann muss man natürlich auch ein bisschen umrühren, weil der muss sich auch irgendwie ein bisschen auflösen. So. Zack. What's going on? Geht direkt wieder los. Und jetzt eine Kippe. Wo sind die Kunden? Sollen wir uns mit dem nackten Arsch an die Straße stellen, damit einer bremst? Heute nicht. Zippo. Immer am Mann. Da kommt dein nächster Opfer. Da. Da kommt er. Vielleicht können wir denen noch was reinreichen. Ich hab die Kasse noch nicht voll. Ich muss auch gucken, da ein bisschen was passiert soll. Wenn natürlich heute keiner kommt, wenn eine Mille oder zwei bringen. Ich hab ja nichts im Vorlauf. Ich meine, die Hoffnung stirbt zuletzt. Aber wenn ich noch ein Hunderter oder 200 oder 300 oder 400 machen kann, mit kleinen Teilen. Ist doch schon alles in Ordnung. Everything is okay. Everything is alright. Ich mach die Felgen sauber. Die haben wir gekriegt. Die kamen rein. Die haben wir beschenkt bekommen. Und die sind auf der Pekade zum wegschmeißen. Die sind von Mercedes. Von B211er. Und die mach ich jetzt sauber. Und dann können wir die verkaufen. Über E-Benz anzeigen. Ja, die sehen aus wie Neuhemmer. Das sind jetzt nicht die Besten. Aber besser wie vorher. So schmussig wie die waren. Das ging ja gar nicht. Autoverwertung war aus. Ich bin auf der Suche nach einer Spiegelabdeckung für einen Saphira A. Saphira A, also was haben wir da? Und was haben sie da auch in Blau? Nee, denn wir haben den in Silber. Ach, sie brauchen nur die Kappe von dem Spiegelverlauf. Nee, 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 nee. Tut mir leid. Wir haben nur einen ganzen Spiegel da. Der kostet 30 Euro. Aber da muss ich erst mal nachschauen, ob der überhaupt noch da ist. Ah, okay. Oder von einem Astro, der in der Werkstatt sagt, das wird aufpassen. Ja, das habe ich nicht. Also die Kappen, die Kappen haben wir nicht. Ja, hätte sein können. Okay, alles gut. Danke Ihnen. Tschö, tschö. Tschö, tschö. Ja, das war's wieder für heute. Wir haben hier geile Sachen gemacht. Ihr habt selber gesehen. Ich habe ein bisschen Motorräder vorgestellt. Alles gut. Und ich habe jetzt noch die Schlauze voll. Also irgendwann muss auch mal zu Ende sein. Ich mache jetzt Feierabend. Und nochmal Entschuldigung, dass wir so lange nichts gemacht haben. Aber wir werden Gas geben. Männer, Männer. Alles cool. Ich bin jetzt weg. Auch ich bin jetzt weg. ich habe jetzt noch eine Spann nicht vorließe. Ich habe jetzt noch eine neue Ehrin-Ansabelle gewollt. Ich habe nur die Schlauze gerbound. Und ich habe noch eine Schlauze gerbounde. Und ich habe noch die Schlauze im Schlauze. Es her denke ich habe hierzu, Vielen Dank.